Ich glaube nicht, dass er das damit meint. Oder? Na doch. Doch, wenn ich da, du wirst Zeit haben im März. Und so nötig. Hey. Oh, da hat's was zu tun, wahr? Ja, eigentlich ging es schnell, erst gar nichts, dann ging es schnell und jetzt, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die Maschine dafür unbedingt vorgesehen ist. Warum nicht? Weiß ich nicht, weil so richtig, ich war jetzt schon einmal rum und trotzdem wieder noch was. Ja, weil du das immer, wenn du es gerade fährst, verschiebst, ne? Mehr über die Fläche verteilst, als wenn du es... Also vorhin das erste Stück, was ich gefahren bin, da hat er wirklich von 1% immer geschwankt auf 1, 2, 1, 2, 1, 2. Du musst den Dreck hier auch nach draußen schieben. Naja, ich hab pure die Seite angemacht, ne? Das ist noch außen schieben. Ich denke mal, es wird auch eine gewisse Tiefe haben. Ja, tiefer geht er nicht mehr. Naja, wer wie war das mit, wie die Tasse, na? So ne Schütt kannst du ja senken und heben. Wie die Tasse, na? Ups. War ja schon tief in der Stelle jetzt. Nein, er geht noch ein bisschen. Ich muss es halt öfters mal rausschieben, wenn du was du vorhin hast. Mhm, ich fahre noch mal rum, ne? Die Tasse machen das noch mal mit angucken, ne? Gucken. Dann musst du es zur Maustaste. Bei mir sitzt du auf der Seite dieser zuletzigen Tasse da noch raus. Mhm. 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 Guck mal, hier in der Mitte ist noch ein Brocken. Mhm. 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 Und wenn du auf V drückst, siehst du ja auch schon, wo du noch was fehlt. Guck mal hier. Also das in der Mitte, das soll ja nicht weg. Ja, ich schieb's einfach raus, fand ich. Ja, 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 ja. Ja, hier ist halt noch viel zu hoch, ne? Wo denn? Ja, hier? Ja, ja. Und dann kommt der Weg wahrscheinlich hin. Ja, ich fahre nochmal den Weg ab. Ja, hier in der Mitte komplett der Hügel, alter. wir wollen für den letzten auftrag wollen wir nicht bezahlt und für den jetzt auch nicht so darum mache ich auch langsam jetzt ach so darum jetzt erst langsam jetzt ja na klar wir haben 600.000 grad mal insgesamt gemacht bis jetzt ja viel haben wir noch nicht verdienen 200.000 unsere außen aufträge die kamen bei den größeren objekten hier ist bei verkehr wird denke ich mal noch viel rum kommen meinste ich denke ja da musste ja eine ganze autobahn glaube ich bauen oder ja das eine teilstück war ja im arscht mit brücke und so ja Ja, das wird. Da legen aber voll die Haufen drin, ne? Oh. Werden die da ist jetzt schon Zeit rausgesucht? Hast du schon eine halbe Stunde Zeit gehabt jetzt? Ne, eine Stunde habe ich schon. Ich habe alles, ich habe drei Schlafsäcke, drei Isomatten, drei Schlafsäcke, Isomatten, drei Autos, drei Wohnwagen, drei Yachten. Du hast das bestimmt, du hast ja verphylaxiert. Ja, ja. Ne, ne, Aktien sind meine Altersvorsorge. Ich kaufe viel im Sofa, also das passt schon. Ich habe erst mal Nachzahlung an meine Überstunden gekriegt, ich dachte, ich gucke mich richtig gestern aus meinem Konto, ey. Altershinne. War wenig, oder was? Ne, ganz wenig. Ungefähr das Dreifache meines Gehaltes. Ey, warum fällt der nicht mehr? Der Schockner, der sich die dicken Havannas inbestellt jetzt. Ach, darum. Also, ja sicher, hätte ich jetzt nicht so viel Geld, dann hätte ich das nicht gekauft, aber keine Havannas, ne, ne. Welche aus, welche aus Nicaragua und welche aus Domanikanischer Republik? Ich fände die aus Deutschland. Aus Deutschland, die sind auch lecker, ja. Die werden ja hier bei uns werden ja auch die Clubmaster gemacht, weil sie in Küstlutter. Ja. Welche ich aus Deutschland sehr geil finde, sind die Skeleton. Boah, das ist das. Das ist eine sehr geile, sehr geile Marke. Geht da nicht so eine Menge? Natürlich verdammt. Die Banderole, das sieht halt auch ziemlich nice aus. Ja. Einfach so ein Skelett, was so... Das hat sich gar nichts für mich, ne? Ähm, Benita brauchst du nicht, ne? Sie wollen alles dreimal passen. Das ist ein Feld, die drei dürfen wir trotzdem alles. Die acht'n? Die acht'n? Entschuldigung. Also ich sag mal so, ein Dreimann-Feld ist natürlich zu zweit, ist das wesentlich angenehmer. Ja, ja. Weil du bist da drin wie so eine Frühlingsrolle. Niemals in 3er-Zelt wird zu drei Leuten niemals. Nee. Das ist schon... Ich war mal am überlegen, weil ich eine Zeit lang, haben wir sehr oft gezählt. Da war ich schon am überlegen, ob ich mir so ein großes 16er Tipi kaufe, weißt du? Aber, ja gut, das hätte auch mal ein paar Euro gleich gekostet. Ich hatte mal, auch ein... Ich hatte mal ein Zwölf-Personen-Zelt. Da hab ich fast alleine gepennt. Und das war... Ja, das... Ich hab's dann irgendwann verkauft, weil... Ich hab doch schon mal ein Pavillon gekauft. Ohne Dach. Gebraucht, gekauft, gebraucht. Neul wär schlecht. Trotzdem ohne Dach? Das war ohne Dach, da haben die Zeit, wo das Dach gepackt. Wir bauen das auf dem Festival auf und denken uns so... Ähm, okay. Und das Parallel, was wir jetzt haben, haben sie uns ja falsch geliefert. Die ganzen, das ganze Gestänge. War alles falsch geschweißt. Und die Löcher waren an einer falschen Stelle. Und was sagen... Was sagen die zu mir? Ja, aus Kulanz erstattet man das. Äh, was aus Kulanz ist, ist einfach falsch. Das ist einfach fehlerhaft. Das hat natürlich nicht so genutzt zu tun. Ja. Ey, Kies! Also kann ich wieder suchen, ersparen. Erst mal ersparen, oder wie? Ja, ich weiß ja nicht, ob der Söhre mitkommt. Äh, ich müsste dann meinen Urlaub umlegen, oder es durfte kein Problem sein. Was ist mir umlegen? Ja, ne, ich muss doch immer meinen ganzen Urlaub für das ganze Jahr planen. Ach, echt? Ja. Naja, bei uns ist, dass wir, dass wir, also wir wollen immer nicht, dass mehr wie drei Leute gleichzeitig bei uns im Urlaub sind, weil es jetzt wird es einfach zu stressig auf Arbeit. Ja, klar, ja. Das ist in Niedersachsen. Das ist dieses Konzert-Ding da, oder was? Ja. Ja, gut, das ist ja eigentlich auch nur saufen, und das kommt halt nur an einem, oder? Ja, also. Also, wir leben da schon dekadent, das kannst du wissen. Äh, fragen wir noch irgendeinen Jäger, der wünscht man jaht? Machen wir schön Wirdschwein am Spieß. Also, an Essen hapert es bei uns nicht, das kann ich dir sagen. Nein. Wenn du jetzt mal Festmähler, das glaubst du gar nicht. Und dann trinkt man halt auch nicht. Nö. Ich brauche nur noch eine Flasche Whisky. Reicht das für mich? Wirst du nicht alleine? Da gibt's noch ein paar andere, die Whisky noch trinken. Die wird auch nicht reichen für ein Dach. Doch. Also, ich bin, ich bin so ein... Bei mir ist die Sache so, wenn ich zu viel trinke, werde ich extrem müde und kannst mich irgendwo in der Ecke stellen und nicht pennen, egal wo. Also, wenn ich zu viel trinke, werde ich hier voll. Manchmal. Für Silvester bin ich ja auch im Sitzen eingepennt, noch mit meinem Trink in der Hand und bin auch so wieder aufgewacht. Das hatten wir auf dem Festival auch mal. Da ist einer eingeschlafen mit dem Pfeffi im Becher und ich habe da meinen Loris da reingehalten. Nicht erwärmt. Ja. Er wacht auf und nimmt einen Schluck. Das war... Wie hieß der? Kuddel, ne? Hauptsache, er war gewaschen. Kuddel, ne? Der Bio-Stadt. Ist eigentlich schon wieder weg? Anfangen, meinst du? Ja, ja. Kuddel. Ja, ja, genau. Wo seine Zahnschmerzen hatte. Ja, genau. Zahnschmerzen auf dem Festival ist auch übel. Ja, den sitzen wir nach Hause gefahren und haben es vorher auf einem Konzert. Ja. Ein Tag vorher abgereist oder so, ja. Wo ist das? Bei Braunschweig oben? In Magdeburg. In Magdeburg? In Magdeburg? Bei Magdeburg, ja, ja. Das ist ja fast um der Ecke bei mir. Das ist zu Fuß gehen. Nein, 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 nee. Nee, es sind trotzdem 60 Kilometer. Aber ich bin wirklich ein Wecker. Sehr cool. Ja, das ist hinter Magdeburg, ne? Nur noch ein bisschen. Von uns zur Stunde. Von mir, anderthalb, zweit. Du brauchst gar nicht rumwürgen, mal netter. Jeder kriegt mal Lachs ins Getränk gehalten. Das ist quasi so ein Anstoßritual. Lachs im Gesicht. Klatsch, klatsch, war auf. Morgens im Zelt, Batz. Ich hätte eine Biene gestochen. Ja, der Nachkampf. Die erste Nacht hat da ein Baum gepennt. Einzigste Baum da auf der Wiese. Und ich sitz da drunter. Ich wache auf und sage zu den Leuten, da drüben sind meine Leute. Er sagt, die wirst du auch nie wieder sehen. Ja, die erste Nacht ist so, der erste Abend ist immer am schlimmsten, finde ich. Ich habe keine Zeit. Zum Glück bringe ich mich zu schnell ein. Aha. Nimm dir mal die Raupe und mach das mal glatt hier. Dann haben wir auch, das muss man nicht nochmal was kaufen. Geiziger Pfeffi, aber? Ja, ich trinke gerade Bier und Rauchzigarre. Ich kann gerade nicht. Mir bei wegen nicht kaufen. Zwei Stunden, Alter. Ja, echt. Du hast ja gesagt, zu wenig Geld, aber sie raucht Zigarre. So wenig Gelche gemacht im Auftrag. So fertig. Na gut. Brauchen wir noch bestimmte Walze, wa? Ich geh statt von aus, ja. Ja. Ja, dann mache ich mal schnell eine Reise mit der Walze. Habt's ja schon ausgelagert. Ich fahr einfach jetzt bitte nur mit der Walze dahinten. Hab ich auch schon mal gemacht. Hat ewig gedauert. Gut, dann können wir ja mal eine Stunde AFK gehen. Aber man schafft es damit ein bisschen unfallfrei eine Stunde zu fahren. Meinst du? Bestimmt, damit schon. Probier's. Ich gucke mal. Pass auf, Alter. Er fährt vom Hof in einen Unfall. Nein, ich fahr da jetzt nicht. Das dauert ja zu lange. Ich mache ja große da, 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 da. Darum. Nee, ich fahr einfach gleich und gegen das Tor, buff. Na okay, ja. Warte, die Rundumleuchte fehlt. Also der erste Amt ist am schlimmsten eigentlich. Dann ist es eigentlich nur noch Pegel gehalten bis Samstag. Und Samstag musst du noch mal runterfahren, dann weil du Sonntag nach Hause fährst. Wenn du verfährst, wenn du dich dann musst du Samstag noch mal richtig Gas geben. Ja. Oder du gibst richtig Gas und muss rausfahren. Ja. Du wie Tobi ist eine ja. Und du auch einmal, ne? Ja. Richtig übertrieben und dann, aber nein. Amts nach Nacht, am Sonntag um drei Uhr ins Bett oder so. Ja. Naja. Aber wir würden die Zeit nicht verhören. Ja. Aber fragt dann, äh, Mittwoch der erste Abend ist immer der Abend, wo ich alles vergessen, was passiert. Ich weiß aber nicht, wie ich denn eingepimpt bin, wo ich eingepimpt bin, das merke ich den ersten Tag aufwache. Ja. Meistens gibt's auch den nächsten Tag. Und wenn ihr den Montag auffahrst, achso, ja wegen der Musik. Ja. Wenn ihr den Montag zuhause auffahrst, dann bist du abzittert. Begegen Februar habe ich auch Urlaub, äh, gleich die erste Woche. Könnte ich auch mal ein paar Tage bei dir vorbeikommen. Bei dir war ich auch noch nicht. Bei mir ein paar Tage, meine Eltern sind die auch, ne? Haha. Ich habe hier nur ein Zimmer. Achso. Dann nehme ich mir ein Hotel. Ein Hotel gibt's hier nicht. Doof oder was? Was? Ist das ein doof oder wie? Wir hatten hier ein Hotel, aber das ist Platte geworden mit Corona. Gibt's da keine Übernachtungsmöglichkeiten bei dir? Boah, weil sie immer hier arbeiten. Ja, ja, Wochenende. So. 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 Wo vom Kram? Und sonst so unwürdig einfach ausgültig. Ganz einfach, Vanetta. Kopfschmerzen. Allein vom Erzählen kriege ich Durst. Ja. Bettel ist bei Norris in Getränkheiten. Die sind gleich aus der Züge raus. Oh, entweder hat er einen Kopfkorb verblöde Kopfhaltung. Oh, okay. So, let's... ausheben das ist gar kein problem ich gehe einfach dahin geht zum bahnhof und sage ja wir suchen eine vanetta die immer bockig guckt und dann sagen sie ach die ja da wo ist denn die türe eigentlich ich habe noch katzenstangen klein gemacht und hingelegt ach so wasser überholt wenn ich tut ihm also die demnich auf den sack was so